Hallo und Willkommen. Mein Name ist David Fuchs. Ich möchte Ihnen heute das Dekor Linen von der Firma Kers vorstellen. Das ist eine sehr angenehme Landhausdiele. So wie Sie es auch sehen, es ist eine cremeweiß gekelkte Oberfläche. Es fühlt sich auch, wenn man so mit den Händen drüber geht, echt angenehm an. Es ist eine handgehobelte Oberfläche, also wenn man so drüber fühlt, Natur geölt, klasse. Sollte Sie dieses Produkt interessieren, die Linen, wir schicken Ihnen Muster zu, sollten Sie aber schon sagen, Mensch, das weiß ich, was ich will, ich kenne das Produkt, ich brauche doch einen tollen Preis, dann kann ich Ihnen sagen, 9,80,90 ist die unverwendliche Preisempfehlung. Wir machen Ihnen bei uns im Hause Parkett Wohnwelt dazu ein ganz tolles Angebot. Schicken Sie uns eine E-Mail, schreiben Sie uns, rufen Sie an, egal wie Sie es möchten, kommen Sie bei uns in die Ausstellung, bringen Sie Ihre Pläne mit, wir rechnen Ihnen das aus. Wir bieten Ihnen die Linen zu einem sehr tollen Preis an. Alles Gute noch. Schicken Sie uns, rufen Sie an. Schicken 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 Sie an. Vielen Dank.